Ich brenne für die Familie, für die Heimat, für die Berge, für den Glauben und für die Schützen. Ich darf allen Teilnehmern und Gästen einen schönen Aufenthalt im Rahmen unseres Jubiläumsfestes hier in St. Thern wünschen, einen erfolgreichen Verlauf und ein nettes kameradschaftliches Zusammensein. Untertitelung des ZDF für funk, 2017